Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.700 US-Dollar, leichter Aufwärtstrend, ist ein bisschen erkennbar, trotzdem Volumen weiterhin absolut grauenhaft, es hat sich wenig im Chart getan, trotzdem eventuell mal einen kleinen Long-Reihenwagen übers Wochenende, können wir uns mal angucken, wo wir gegebenenfalls Entrys sehen. Es hat sich, wie gesagt, wenig verändert, Volumen ist immer noch grauenvoll, es gibt keine signifikanten News, in den USA hat sich immer noch nichts entschieden, ob die Schuldenobergrenze erhöht wird. Also es ist relativ dünn, was so ein bisschen die Umsätze und die Newslage anbelangt. Trotzdem, wie gesagt, schauen wir natürlich auch auf Bitcoin, auf Ethereum, Gold brauchen wir jetzt erstmal nicht gucken, Wochenende und später kommt auf jeden Fall heute Nachmittag dann der Wochenausblick für die nächste oder für die kommende Woche dann auf jeden Fall online, da schauen wir uns dann das Wichtigste nochmal an, was es so gibt und ja, ansonsten würde ich sagen, bevor wir starten, lasst dem Video doch wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, die momentan einfach weniger kommen durch die Marktlage, ich kriege einfach momentan keine richtigen Signale rein. Trotzdem, kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Samstagmorgen und einen guten Start ins Wochenende und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, Bitcoin bei 26.700 US-Dollar. Wir haben unseren kleinen Orderblock hier oben, haben wir jetzt erstmal rausgenommen beziehungsweise konsolidieren jetzt hier ein bisschen auf den 4-Stunden-Timeframe. Wir beginnen aber erst einmal mit dem 1-Stunden-Timeframe. Dort seht ihr auch, okay, ziemlich viel Konsolidierung. Wir hatten gestern einen schnellen Peak in Richtung 26.930. Die Ineffizienz ist immer noch offen. Der Orderblock hier oben beziehungsweise die Supply-Zone hier oben wurde immer noch nicht getestet. Wenn wir uns jetzt mal hier das kleine FIP-Level ziehen, das heißt von unserem kleinen Abwärtstrend, den wir hier gebildet haben, bis runter zu dem Dump, sehen wir, okay, wir wurden direkt im Golden Pocket erst einmal rejected. Schöne Volumen-Candle, das heißt für mich auch, hier oben liegt noch eine Menge Liquidität vorhanden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir im Laufe des Tages hier hoch beziehungsweise die 27.100, 27.200 nochmal zu Gesicht bekommen und das wäre auch nach jetzigem Stand jetzt erst einmal so ein bisschen mein Short-Entry. Ich bin long momentan rein oder bin gestern mal reingehüpft, aber so richtig Schwung ist da auch noch nicht drin. Überlege, die auch wieder zuzumachen. Das ist einfach momentan, wie gesagt, momentan tue ich mir echt extrem schwer, hier geeignete Setups zu finden. Ansonsten haben wir natürlich auch durch diesen Pump jetzt gestern hier oder durch dieses kleine Pümpchen in Anführungszeichen hier unten nochmal so einen kleinen Order-Block gebildet, sollten wir hier unten nochmal reinkommen. Das heißt so in die Region 26.500 US-Dollar wäre dann die zweite Variante, dass wir hier unten einen Long aufmachen und dann gegebenenfalls hier eben den Pump bis ungefähr 27.100, 27.200 US-Dollar mitnehmen. Ich habe es mir gestern schon erhofft, dass da zumindest mal so ein kleines Fünkchen zumindest reinkommt und wir hier gleich nach oben hin ballern, aber gut, war halt nicht so. RSI-technisch waren wir dann hier oben schon mal in einem überkauften Bereich. Daraufhin kleine Korrektur, kleinere Seitwärtsphase, aber wir sprechen hier von einer Range von 100, 200 Dollar. Das ist halt auch kein richtiger Abverkauf, trotzdem gut, RSI korrigiert ein bisschen, wird interessant werden, welche Richtung wir uns jetzt momentan einfach zuerst suchen. Gehen wir erst hier runter, füllen nochmal diesen Order-Block, versuchen hier nochmal ein bisschen Liquidität zu tanken und versuchen dann die 27.100 US-Dollar zu knacken. Dann wäre das zuerst das Szenario, okay, wir versuchen hier unten eine Long-Entry reinzugehen, können hier mit relativ tightem Stop-Loss, das heißt so kurz vor der 1 Stunde in die Mahnzone und dann würde ich mal sagen, hier unter dieses Tief bei ungefähr 26.330, vielleicht den Stop-Loss legen, ihr seht schon 0,6, 0,7% würde das dann an Risk bedeuten, finde ich, kann man eingehen, am Wochenende ist es nicht zu viel und dann gegebenenfalls sollte dieser Order-Block uns genug Liquidität geben, zumindest die 27.100 US-Dollar zu knacken, das wäre dann so ungefähr 2,36% Move, also passt so ungefähr vom CRV von 1 zu 3, kann man dann gegebenenfalls mitnehmen und hier oben dann gegebenenfalls eben die Short-Position eröffnen. Ich habe es gestern schon gesagt, der Mai neigt sich dem Ende zu und ich habe irgendwie das Gefühl, durch die ganze Sache mit Hongkong, vielleicht die Schuldenobergrenze, die erhöht wird, wir sehen momentan starke Aktienmärkte, wo wir dann einen Wochenausblick später nochmal darauf eingehen, dass ich glaube, dass im Juni die Märkte wieder deutlich, deutlich bullischer werden, zumindest mal so eine Phase, wo wieder zumindest ein bisschen mehr pumpt und wir dann nochmal einen Abverkauf oder wirklich in den ganz, ganz langweiligen Sommer hineingehen. Aber wie gesagt, noch ist Mai, werde aber versuchen, mich auf jeden Fall bis nächste Woche dann wirklich mit einer Long-Position hier in den Markt nochmal ein bisschen reinzukämpfen. Primärszenario bleibt ganz ehrlich, ich würde gerne, dass wir hier unten diese Wicks einfach nochmal füllen, aber was mir auch gestern so gekommen ist, wir hatten so oft wirklich mal Seitwärtsphasen gehabt, wo nichts passiert ist, wo die Longs aufgebaut wurden und dann der Schlag so von heute auf morgen kam, wo keiner mehr in die Long-Position reingekommen ist und die, wo dann nachträglich reingekommen sind, wurden dann einfach wieder rackt und der Trend ist im Endeffekt ohne uns gestartet. Das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weshalb ich mich hier sehr wahrscheinlich so langsam, aber sicher dann mehr und mehr mit Longs orientiere, um zumindest mal so eine kleine Gegenbewegung mitzunehmen. Ziel bleibt übergeordnet, erst einmal hier oben die Marke von 28.000 bis 28.400 US-Dollar, übergeordnetes Golden Pocket, ein bisschen viel Liquidität, die hier oben noch liegt, das wäre so, wie gesagt, das übergeordnete Szenario und daran hat sich auch die letzten Tage nichts geändert. So, dann rüber zu Ethereum. Ethereum ein bisschen bullischer, muss man schon ganz ehrlich sagen. Hier stehen wir kurz davor, zumindest die Ineffizienz hier in diesem Bereich zu füllen. Wird auch hier sehr, sehr interessant sein, wie sich der Markt jetzt erstmal orientiert. Wir sind hier oben reingekommen, darüber haben wir ja gestern gesprochen, da habe ich erstmal mit einem Abverkauf gerechnet. Ethereum aber einfach deutlich zu stark. Ethereum einfach durchgeballert, deswegen kein Short-Signal. Wir sind jetzt hier kurz, wie gesagt, vor der Ineffizienz, kurz vor der 1-Stunden-Supply-Zone, die hier oben noch ist, wird sich jetzt zeigen, wie sich Bitcoin natürlich zuerst orientiert. Gehen wir bei Bitcoin erst in eine Etappe tiefer, dann wird sich wahrscheinlich auch Ethereum hier nochmal ein bisschen umorientieren und zumindest nochmal diesen ehemaligen Widerstandsbereich zumindest nochmal versuchen zu hitten und dann versuchen eben die 1.850er-Region anzulaufen. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe, wie sieht es dort aus? Schöner Orderblock, der sich hier auch noch gebildet hat, mit einer schönen Demand, mit Volumenunterstützung, das heißt hier drunter werden wahrscheinlich auch nochmal ein paar Stop-Losses liegen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir hier ein bisschen tiefer gehen. Signal würde ich hier aber auch, wie gesagt, erstmal ein bisschen warten. Ich würde eher weiterhin die Resonanz oder den Primus weiterhin auf Bitcoin legen. Ethereum ist mir da momentan einfach wieder ein bisschen zu, macht so eigenes Zeug, ist mir ein bisschen zu ungenau. Trotzdem sollten wir hier gegebenenfalls dann mit Bitcoin Barmood sehen und Ethereum hier in diesem Bereich der 1.817 auch, dann können wir hier gegebenenfalls ein kleines Long-Szenario sehen, aber das Risk ist halt einfach doppelt so hoch wie bei Bitcoin. Da muss man dann wirklich auf den Stunden-Timeframe gucken, wie ist die Reaktion, halten wir uns, wie verhält sich der Orderblock, wie verhält sich Bitcoin zu diesem Zeitpunkt. Deswegen tue ich mir bei Ethereum, wie gesagt, momentan immer noch ein bisschen schwerer. Ziel aber auch hier, wie gesagt, sollten wir jetzt hier runterkommen, Long-Position möglich, vielleicht aber sogar eher, dass wir sagen, okay, wir gehen hier ganz am unteren Ende eben diese Demandzone rein, dann ist das Risk auch deutlich geringer. Aber wie gesagt, das Ziel bleibt hier oben die 1.840 mindestens bis maximal hier oben den Orderblock bei ungefähr 1.855 US-Dollar. Nehmen wir jetzt mal ganz kurz das FIP-Level dazu, so wie wir es gerade bei Bitcoin gemacht haben, schauen uns das mal ganz kurz an, wo wir hier rejected worden sind. Da sehen wir auch, okay, Golden Pocket wurde rejected, genau das gleiche Spiel wie bei Bitcoin momentan, nur dass wir uns hier genau im Golden Pocket aufhalten. Bitcoin wurde rejected, bisschen Downtrend. Ethereum hält sich hier stark im Golden Pocket. Das heißt für mich hier auch kein Short-Signal, viel, viel zu lange Zeit, die wir uns eben hier in diesem Golden Pocket bewegen. Deswegen warten wir jetzt hier einfach mal ab. Bitcoin ist primus und ansonsten machen wir jetzt hier erst einmal gar nichts. Gut, kurzes, knackiges Update. Gibt nicht mehr momentan zu sagen. Gehen wir noch ganz kurz auf die News. Ron DeSantis spricht sich für Bitcoin und digitale Währungen aus. Hat er bekannt gegeben, er will kandidieren. Weiß nicht, auch wenn sich hier, wir hatten das Thema auch mal ganz kurz in der Talk-Gruppe, wurde sicher auch schon aussprochen, ja, er ist pro Bitcoin. Ja, natürlich, es bringt Wähler. Ich glaube, oder ich, alles, was da vorher passiert, auch mit den Reden und sowas, sollte man da jetzt auch nicht zu viel Hoffnung reinsetzen. Ich glaube eher, wir sollten eher auf den asiatischen Markt abschielen. Ich glaube, dadurch wird auch weiterhin der neue Bullrun, sag ich mal, entstehen. Aber, wie gesagt, es sind an sich gute News, aber ich würde es halt einfach nicht zu hoch gewichten. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wie gesagt, später oder heute Nachmittag kommt dann auf jeden Fall der Wochenausblick, der Marktausblick. Morgen kommt wieder ein kleines Pre-Sale-Video, was ich rausgefunden habe. Also auch da wieder ein kleiner Meme-Coin, wo ihr euch dann darauf freuen könnt. Das kommt dann morgen Nachmittag. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen, sonnigen Samstagmorgen. Genießt den Tag. Hockt nicht zu viel vor dem Chart. Es tut sich eh wenig, wenn es irgendwas gibt. Werde ich euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten. Gut, dann war es das von mir. Wünsche euch einen schönen Samstag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.